Weißt du was? Du hast recht. Es gibt nichts, wovor ich mich fürchten muss. Ich will das schaffen. Donner, 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 Donner. Hut ab, Melissa. Die Tatsache, dass du dich deiner Angst stellen willst, ehrt dich wirklich sehr. Du bist der Inbegriff von Mut, hast einen eisernen Willen und bist für jeden eine Inspiration. Außerdem hast du einen beeindruckend starken Magen. Milo hat recht, Melissa. Wir sind stolz auf dich. Du bist wie die Jeanne d'Arc der Themenparks. Wurde Jeanne d'Arc nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt? Wurde sie. Aber sie hatte keine Angst vor Achterbahnen. Hatte sie nicht. Oh, okay. Das beruhigt mich etwas. Entspann dich einfach und genieß die Fahrt. Ja, richtig. Wir sind hier ja auch sicher. Ich meine, was soll schon schief gehen? Hey, seht mal. Der Sicherheitsbügel hat sich gelöst, so wie das letzte Mal. Zack, wir sind in einer Achterbahn mit Milo. Hä? Ich sagte, wir sind in einer Achterbahn mit... Seht ihr? Das ist das, was mir Angst macht. Du hast recht, Melissa. Das war eine blöde Idee. Ich weiß echt nicht, was ich mir... Ich glaube, ich sollte lieber nicht hier sein, wenn sie zurückkommt. Keine Sorge, Melissa. Wenn ich das kann, kannst du das auch. Und Zack hat recht. Das hier ist absolut sicher. Oder so sicher, wie man es erwarten kann bei der Höhe der Geschwindigkeit. Und Murphys Gesetz. Ich höre jetzt mal aufzureden. Sieh mal, da unten ist ein Flugzeug. Los geht's! Oh, eine verstopfte Arterie. Kurz warten. Oh, denn... Ah! Oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ich recht. Mission erfüllt, initiiere Auflösungsprotokoll. Habe verstanden. Was? Nimm dieses Ding wieder ab. Okay, halt mal meine Klarinette. Es ist verängstigend, sich seiner Angst zu stellen, Milo. Aber jetzt ist es wichtig, dass sich deine Angst meiner stellt. Es hat funktioniert. Zum Glück ist es jetzt endlich vorbei. Ich weiß nicht, das sieht wie der Anfang der Achterbahn aus. Siehst du, da unten ist schon wieder das Flugzeug. Hi Flugzeug.